Ohne Scheiß, Eric hat gesagt irgendwie, das wird... Easy. Yeah, I'm gonna say something really nice about you, Eric. Eric hat gesagt irgendwie, das wird ein Heavy Metal Publikum. Das ist für mich schwierig. Ohne Scheiß, dieser Typ ist... Ich hab wirklich schon lange im Mikrofon geschrien. Dieser Mensch ist einer der geilsten Sänger, mit denen ich jemals Musik machen durfte. Ohne Scheiß, fantastisch. Und in Wacken, in Wacken wird er euch den Arsch wegsingen. So, passen, wow, ey. Kann man so sagen, kann man so sagen, ne? Wird er denen den Arsch wegsingen. So, jetzt spielen wir, wo die Stimmung fast auf den Höhepunkt angekommen ist. Und siegen Punkt sozusagen. Man soll am schönsten Punkt aufhören, wenn es am schönsten ist. Jetzt kommt der letzte Song für heute Abend. Hallo, mein Mann! Natürlich, das war ja relativ billig heute Abend. Da können wir natürlich nicht so lange spielen, das ist ja ganz klar. Alles Preis-Leistung und so. Wir leben in einem kapitalistischen Land, André. Das musst auch du einsehen. Und deshalb kommt jetzt der letzte Sohn für heute Abend. Aber es ist Glück im Unglück, Palen. Denn es könnte alles viel schlimmer kommen. Das Gute an der Situation ist, es ist ein schönes Lied. Und es ist nicht nur irgendein schönes Lied. Nein, es ist das schönste Lied der deutschen Musikgeschichte. Palen, wir waren, sind und werden sein. Avantasia, hier ist Last in Space. Hände hoch, ihr Fickies. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020